Die Hahn Group ist ihr Spezialist für Automatisierungs- und Roboterlösungen und das weltweit. Mit rund 750 Mitarbeitern an 15 internationalen Standorten entwickeln unsere Unternehmen neue Konzepte und entwerfen individuelle Lösungen. Das Ziel? Industrielle Prozesse durch automatisierte Roboter vereinfachen, kostengünstige Möglichkeiten finden und den dynamischen Kundenanforderungen durch flexible Automation gerecht werden. Hahn Automation ist ein Spezialmaschinenbauer und entwickelt innovative Lösungen für die Automatisierung von Produktionsprozessen unserer Kunden. Als international operierendes Unternehmen hat sich Hahn Automation auf die Automatisierung für Montage- und Prüfprozesse von Gummi-, Kunststoff- und Metallteilen spezialisiert. Durch langjährige Erfahrung, innovative Entwicklungen und hohes Qualitätsbewusstsein hat sich Hahn Automation zu einem weltweit führenden Maschinenbauunternehmen entwickelt. WEMO WEMO ist ein international operierendes Unternehmen, das sich in den Marktsegmenten der Roboter-Systeme und Automationsapplikationen an Spritzgießmaschinen durch langjährige Erfahrung, innovative Entwicklung und hohes Qualitätsbewusstsein zu einem weltweit führenden Unternehmen entwickelt hat. Waldorf-Technik Seit 1986 ist Waldorf-Technik, ansässig in Engen, mit rund 100 Mitarbeitern als Spezialist für die Automation im Spritzgießbereich mit Zykluszeiten von 2 bis 20 Sekunden und hohen Kavitätenzahlen tätig. In den mehr als 30 Jahren seit Gründung konnte das Unternehmen seine Stellung am Markt beständig ausbauen. Die Kombination von tiefem Kundenverständnis auf der einen und Innovation auf der anderen Seite sichert unseren Kunden Erfolg durch Erfahrung, Sicherheit und technisches Know-how. Hahn Robotics Hahn Robotics hat sich auf das neue Feld der kollaborativen Robotik spezialisiert. In diesem Zusammenhang ist Hahn Robotics Exclusive Distributor für Rethink Robotics und liefert MRK-Lösungen in den vielfältigsten Applikationsbereichen mit dem smarten, kollaborierenden Roboter Sawyer TM. In Ergänzung zum eigentlichen Roboter bietet Hahn Robotics als Systemintegrator Machbarkeitsstudien und kundenspezifische Applikationen für eine erfolgreiche, kollaborative Automatisierung an. Vom Hauptstandort in Rheinheim aus agiert das Unternehmen europaweit und berät Kunden in Mittel- und Süddeutschland, Österreich, Schweiz und in großen Teilen Osteuropas. Hahn Enersafe Hahn Enersafe ist eine eigenständige Spartengesellschaft innerhalb der Hahn Group für den Geschäftsbereich Temperier- und Kühltechnik am Standort Wiel. Deren Fokus ist die Entwicklung und Produktion von Hocheffizienzsystemen für das Kühlen und Temperieren in der Kunststoffverarbeitung.